1989 haben Sie die Idee des Nationalstaates im Zeitalter der Europäischen Einigung eigentlich für überholt erklärt. Sie haben gesagt, der Nationalstaat hat schon heute die Vernünftigkeit seiner Idee überlebt. Eine Zeit lang sah es auch wirklich danach aus. Heute erleben wir aber doch sehr starke Nationalisierungstendenzen, nicht nur in den osteuropäischen Staaten, auch in Spanien, auch in England, auch in Italien. Woran liegt das und wie kann man doch wieder zu dieser Idee einer kulturellen Gemeinschaft kommen? Ja, man muss ein anderes Prinzip noch hinzuziehen, wenn man die Frage beantworten will, nach meiner Auffassung. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Die Subsidiarität sagt, das, was auf der kleinsten Ebene geregelt werden kann, auf der Ebene der Gemeinde, das soll dort geregelt werden. Das ist heute schon erheblich verletzt worden. Dann kommt eben das Land, was auf der Ebene des Landes geregelt werden kann, sollte dort. Jetzt kommt der Nationalstaat, was auf der Ebene des Nationalstaates geregelt werden kann, das sollte dort geregelt werden. Und das, was auf der Ebene der europäischen Gemeinschaft geregelt werden muss, sollte dort geregelt werden. Also von unten aufbauen. Gegen dieses Prinzip ist oft verstoßen worden. Und an der Stelle darf man auch einer Verwechslung nicht unterliegen. Die besteht darin, dass viele meinen, der Nationalstaat, das sei Nationalismus oder so. Deswegen kann man sagen, ein Zurück zum Nationalstaat darf es nicht geben. Dann höre ich jetzt oft in der Debatte über Europa, was für mich kompletter Unsinn ist. Denn keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen, ein Zurück zur Gemeinde darf es nicht geben. Oder ein Zurück zum Land darf es nicht geben. Das würde sofort als idiotisch aufgenommen. Aber hier ist diese Formel geläufig überall, auch etwa in meiner jetzigen Partei. Und da wird eben Nationalismus mit Nationalstaat verwechselt. Denn Nationalstaat ist eine organisatorische Einheit, die eben optimal zu organisieren ist, unter dem Gesichtspunkt von Demokratie, Sozialstaat und Kultur. Und dann kommt man der Sache näher. Wenn man so herangeht, dann vermeidet man auch Fehler, die heute ja da sind. Dass eben die Leute auf einmal feststellen, ja dieses Vertragswerk von Brüssel, das ist ja nicht Europa, muss ich immer wieder sagen. Das führt zum Beispiel zum Lohndumping. Ich denke an die Dienstleistungsrichtlinie, wo eben dann, es heißt, es können Arbeiten angeboten werden zu Preisen aus Bulgarien oder so. Und dann ist natürlich das Lohndumping konstituiert. Und da können die Leute, die davon betroffen sind, natürlich nicht sagen, wunderbar, diese Europa ist wunderbar. Und wenn solche Fehler gemacht werden, da gibt es ja viele, Hunderte, dann darf man sich nicht wundern, dass der Zug in die falsche Richtung fährt und dass die Zuginsassen, also die Europäerinnen und Europäer sagen, nee, in die Richtung wollen wir nicht fahren. Also wir kommen wieder zu dem Gedanken, den wir vorhin schon gemeinsam besprochen haben. Wir brauchen eine neue kulturelle Idee. Und da gehört für mich dazu, Demokratie und Sozialstaat. Sozialstaat ohne Demokratie und Sozialstaat ist für mich Europa nicht zu denken. Man muss einfach von Athen ausgehen. Und in Athen war es nun einmal so, dass der Gedanke der Demokratie geboren wurde. Und der große Staatsmann Perikles hat für mich einen entscheidenden Satz übermittelt, durch Tykidides gesagt, man kann eine Gesellschaft nur dann demokratisch nennen, wenn sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Das heißt, er hat Demokratie nicht von Stimmzettelchen her definiert, sondern vom Ergebnis her. Und hat gesagt, wenn die Interessen der Mehrheit sich nicht durchsetzen, ist es keine demokratische Gesellschaft. Und unter diesem Gesichtspunkt haben wir noch keine demokratischen Gesellschaften. Denn auch in Deutschland, Leiharbeit, Minijobs, Niedriglohnsektor, Zerstörung der Rentenformel, Abbau eben der prioritärischen Finanzierung bei Krankenversicherungen und so weiter, können wir nicht sagen, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch, sondern in gesamter Europa. Und das ist das Problem. Setzen sich die Interessen einer Minderheit durch, eben die Interessen derjenigen, die auf Gewinne und Renditen orientiert sind. Aber das ist bekanntlich eben die Minderheit derjenigen, die ein großes Vermögen besitzen und es immer weiter mehren. War dieser Tage auch gerade wieder der Armutsbericht, wo das nochmal bestätigt hat, dass die Schere eher sogar noch weiter auseinander geht. Ja, das liegt ja im System. Das darf ich einfach nicht übersehen. Im System liegt es, dass eben diejenigen, die eben Geld haben, dass sie eben im Zuwachs immer noch mehr bekommen als diejenigen, die keins haben. So platt ist das. Das können Sie weltweit beobachten. Und das ist ja was, Gott sei Dank, jemand wie Papst Franziskus jetzt kritisiert oder Bernie Sanders, der in Vereinigten Staaten jetzt so viel Zulauf hat oder Jim Corbyn, der in Großbritannien auf einmal wie Phönix aus der Asche hervorsteht, dass sie eben gesagt haben, mit dieser Wirtschaftsordnung laufen wir eben auf eine Katastrophe zu. Wir müssen die Wirtschaftsordnung ändern. Man könnte den Umweltgedanken noch dazunehmen. Und das ist zum Beispiel für mich einer der Grundehrtümer der Grünen, mit denen ich ja sehr stark sympathisiert habe eine Zeit lang, dass sie also glauben, mit dieser Wirtschaftsordnung können wir einen Umweltschutz betreiben. Meine Gegenposition ist die, eine Wirtschaftsordnung, die auf immer mehr und mehr und mehr ausgerichtet ist. Die führt notwendigerweise zur Zerstörung. Das sehen wir ja, Krieg und Zerstörung. Insofern hat der Papst in Rom, er hat also Recht mit seiner Analyse, dass wir uns in einer Art Drittem Weltkrieg befinden. Das können wir auch sagen, selbst dann, wenn der Krieg noch nicht in Europa, wenn ich mal von Jugoslawien so weiter oder auch von der Ukraine absehe, aber jetzt in unserem Europa, wie wir es eben erlebt haben, über Jahrzehnte, meine Generation, ist er eben Gott sei Dank noch nicht angekommen. Und das ist ja auch ein großes Glück meiner Generation. Aber wir dürfen nicht übersehen, was weltweit passiert. Und da kann ich eben nicht nur den Papst bemühen, sondern den großen französischen Sozialisten Jean Jaurès, der immer gesagt hat, der Kapitalismus, also die Wirtschaftsordnung, die auf immer mehr, ich will immer mehr haben, ich will immer mehr, ich will immer größere Absatzgebiete, immer größere Rohstoffquellen haben, der führt notwendigerweise zum Krieg.